Hi Leute! Ich wollte mich heute mal ganz herzlich bei euch bedanken für 4.000 Abonnenten. Und ja, ich finde es echt genial, dass es immer mehr werden und ja, wollte mich heute einfach mal dafür bedanken und habe auch ein kleines Special-Geschenk für euch deswegen. Das sage ich am Ende, genau. Und ja, für die Leute, die auf Facts stehen, so, auf Zahlen. Ja, ich habe mal auf dem Kanal dann geschaut. Es sind jetzt über zwei Jahre, wo ich YouTube mache. Und ja, Juli 2015 war das, wo ich das erste Video hochgeladen habe. Und es sind jetzt insgesamt über eine halbe Million Klicks auf die ganzen Videos. Es sind über 300 Videos, 600.000 Aufrufe. Und ja, finde ich echt genial. Jeder, der zuschaut so und dem das was bringt. Ja, und für eure ganzen Nachrichten. Ja, für die ganze Unterstützung, die ich mittlerweile erfahre. Und auch von Anfang an. Genau. Dafür wollte ich heute einfach mal Danke sagen. Und da kommt auch die Sonne raus. Genau. Und ich bin dankbar für jeden Menschen, den ich erreiche. Und allgemein für diese ganze Community, die immer mehr wächst. Und es werden einfach immer mehr Leute, wenn man in die ganze Rohkost-Szene oder in so eine alternative Szene reinschaut. Dann ja, es werden einfach immer mehr. Und das ist wirklich genial. Und man merkt ja auch, was sich so in der Welt verändert. Und ja, das finde ich eine wunderschöne Entwicklung. Und auch einfach das ganze Bewusstsein. Es kommt immer mehr. Und ja, es ist zwar immer noch wenig. Aber das ist gerade der Beginn so. Und ja, deswegen wollte ich jetzt auch, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, beim Happy Life Kurs, möchte ich ja so viele Menschen wie möglich einfach mit erreichen. Und deswegen jetzt, die Anmeldung ist eigentlich nur noch bis heute, bis Freitag. Und die wollte ich jetzt nochmal am Wochenende verlängern. Und für jeden, der sich gleich zu zweit anmeldet, also mit Rohkost-Buddy, wollte ich einfach 40%, also beiden 40% Gutschein schenken. Schreibt mir einfach eine E-Mail. Und dann schicke ich euch den Gutschein, genau. Also ihr könnt euch auch unter dem Video einfach verbinden. Schreibt, wer da noch Lust drauf hat. Und ja, wenn ihr jemanden gefunden habt und zu zweit seid, dann schreibt mir eine E-Mail. Und ich schicke euch einfach den Gutscheincode und dann könnt ihr euch für 40% weniger eintragen, genau. Ja, und das ist so mein kleines Geschenk. Und Montag geht es nämlich los mit dem Kurs. Ich verlinke es in der Infobox. Also wer es nicht mitbekommen hat, schaut da einfach rein. Genau. Das ist so mein kleines Dankeschön für euch. Genau. Und dann einfach genießen. Dann macht's gut, Leute. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis demnächst vielleicht. Potluck ist übrigens bald im September. Entweder am 15.09. oder das Wochenende vorher. Leg ich bald fest. Muss nur noch ein paar Sachen klären. Genau. Aber in ein paar Tagen oder einer Woche sollte das spätestens feststehen. Genau. Ansonsten macht's gut. Genießt die Sonne. Falls ihr gerade noch bei euch scheint. Hier ist er aber das erste Mal rausgekommen. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.